hallo meine lieben freunde der erfolgsmusik herzlich willkommen zur weiteren folge von let's play deus ex mankind divided episode nummer 37 in der letzten episode haben wir uns hier vorgekämpft durch das ganze theater oder wie das rotlicht dings da also da vorne ist eine bühne blabla und wir haben hier ich habe jetzt hier den computer gehackt und damit ist die aufgabe hier anscheinend also nicht fertig in dem sinn aber das war erst mal unser ziel und jetzt müssen wir anscheinend wieder zurück deshalb anscheinend nicht gemacht komisch na gut aber wir den pc durchsuchen dass das nikola bla bla nico genau ist es der oder haben wir durchsucht das ist der pc von nico kese und achtung achtung hier waren verstecktes ding und da ist eine ganze praxis drin und auch ein dreieckscoach war da drin den habe ich auch noch geholt gut das müsste jetzt der letzte also was heißt der letzte aber die wahl die theater das war jetzt quasi der letzte praxis kit die man noch so finden kann ganz am schluss kommt noch einer oder ist das spiel und seine gut ich habe mich hier noch umgeschaut habe alles geheckt und gelootet da kann man hier kann man noch nachdem man alle abgeknallt hat ich habe alle abgesehen ob serviert und dann kann man hier in ruhe noch mal alles absuchen da ist einiges noch naja halt pcs und was er sich und man kann ja nur einiges rum machen und und unter anderem hier diese tür öffnet und hier und hier geht es abgrund da das machen wir jetzt mal und zwar weil ich glaube da kommt man nämlich bequem raus hoffe ich glaube ich hoffe hoffen glauben wünschen ich hoffe dass wir da darum oder die darum etwas sind da wieder wollen wir da vielleicht schon mal ja gut gehen wir mal also dauert da sind wir rausgekommen jawohl da kann ja nicht schwer sein wohnen sind ja das müsst ihr doch noch alles mitnehmen und scheint nicht oder wie sagen wir mal da weiter vielleicht kommen wir da jetzt raus aus dem haus weil wenn wir da vorne rausgehen bei dem ding da haben wir wieder ein problem oder mehrere sind wir da reingekommen oder wie oder schauen wir mal wo ich da jetzt rauskomme anscheinend müssen wir jetzt wieder in mein appartement zurück wahrscheinlich da auch da geht es rauf oder da hinten ist nix mehr oder die reinste untergrundaktion gut speichern wir mal und dann schauen wir mal was passiert sind wir da reingekommen irgendwie machen wir mal neun spielstand gut gehen wir mal darauf weil langsam wird sehr flauschig also ich habe hier recht klar hoch ne sperr wo bin ich denn jetzt wieder ach kack kack in die hose wo bin ich denn jetzt kommen wir das einer erklären kann das ja ebene 1 kanalisation und ich muss da so erst mal darauf die scheiße ist irgendwas geschützt blablabla ach jetzt für die bahnhof schick sehr schicke acht weit man könnte wahrscheinlich im bahnhof auch immer gleich sich durch boxen irgendwie keine oder jetzt muss ich anscheinend da gut aha die muss dahin machen wir mal bin ich ja mal schwer jetzt geht der wieder zu jetzt wirst du anscheinend wieder in das in mein appartement was wobei ja wieder aber anscheinend haben wir die aufgabe jetzt fast fertig hier nummer 14 und ich glaube 17 sind es man 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 also langsam wird das spiel doch ganz schön happig was heißt langsam naja langsam ich habe keinen kaffee mehr jetzt muss ich hier auf apfelschorle zurückgreifen das geht es langsam los hier apfelschorle sehr gut hoch ach so jetzt sind wir wieder in keine ahnung keine ahnung sind wir jetzt da oder wie oh gott jetzt tun wir wieder mal speichern nicht möglich wieso schon speichern nicht jetzt na nehmen wir einen neuen ist ja scheißegal mensch so jetzt müssen wir wahnsinn was ist da denn eigentlich da war ich noch gar nicht drin dann wurde ich immer erschossen durch müssen wir mal da durchgehen da können wir jetzt durchgehen oder ja naja das spiel also langsam kann es einen oh ne huch da kommt gleich einer rücke vor scheiße wo bin ich denn jetzt oh ja ja jetzt muss ich in mein apartment scheiße jetzt baue ich wieder biozelle und muss ich da durch durch boxen da äh durch durch äh schleichen speichern so jetzt probieren wir mal ob wir uns da man das spiel warte schleich muss ja komm so oh ne oh ne ach da rum scheiße bin ich wieder gleich wieder ah ja ja ah ne so geht's lang äh zu meinem apartment gehen komm 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 rein ah wo 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 ist mein apartment und ah die tuche läuft da oben mann mann das spiel mann das spiel komm hoffentlich kommt das sah nicht wie der Käse raus das ist so nein ja ne huch die da ja toll die verarschlicht dauernd die tante ja eben das ergibt keinen sinn das klingt das klingt irgendwie bescheuert aber äh genau auf ron 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 hat eine kampagne gegen das gesetz geführt ja ron 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 Haha, ein wahres Wort. Oh weia, oh weia, oh weia. Oh weia. Entschuldige, ich lese gerade, wie es weitergehen soll. Das sind zwei Seiten. Och, komm. Mein Körper stößt Augmentierungen nicht ab. Ich habe nie Neuropozin gebraucht. Vielleicht ist das der Schlüssel. Keine Neuropozinabhängigkeit? Wie fühlt man sich da oben? Du bist einer von einer Milliarde? Trotzdem, probier diese Theorie nicht aus. Du könntest diesmal weniger Glück haben. Mhm, toll. Och, Mann, das ist vielleicht toll hier. Wenn Brown und seine potenziellen Investoren eine Dosis abkriegen und Pikesbilder von ihnen zeigt, ist das eine starke Botschaft. Gespräche in Zeitlupe. Ich sollte Miller warnen. Wenn du willst, kannst du hier bleiben. Ja. Ich komme schon klar. Wenn die Taskforce in London eintrifft, halte mich auf dem Laufenden. Ui, jetzt muss ich nach London. Okay. In drei Jahren, wenn die fertig ist. Ach, die ist fertig. Nee, komm. Ich hätte doch die Musik zu 10.000. Miller, hier Chanson. Arbeitet McCready noch an dem Plan für London? Wir haben nämlich eine neue Variable. Sagen Sie es ihm selbst auf dem Flugfeld von TF29. Oh, scheiße. Verstanden. Ach, scheiße. Verdammte Ausgangssperre. Gehen Sie zu Chicane. Der fliegt Sie hin. Miller out. Toll. Hä, muss ich jetzt am Fernseher nochmal was machen? Warum sind da? Fernseher. Ach, denn, weil ich den hacken kann, oder wie? Nee. Äh. Mann. Mann, Mann, Mann. Was habe ich denn jetzt wieder? Nein, ich müsste runter, oder wie? Äh. 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 Was soll ich denn jetzt? Äh. 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 Die Spurensuche geht weiter. Äh. Nach Dödel-Dödel-Reisen. Ach, komm, jetzt darf ich wieder da durch den Dreck durch. Das kann doch keine Sau. Kann doch keine Sau. Jetzt muss ich an der Speichern. Jetzt muss ich runter, oder? Äh, nee. Ach, komm. Sie sehen glas aus. Hä. Sehen Sie sich nicht gut? Muss ich da raus, oder? Nach Daphne, ja, komm. Komm, jetzt hier. Oh, nee. Da ist doch wieder... Geh ich da rüber. Da rüber. Äh. Speichern. Mann, das Spiel. Jetzt darf ich da 20 Mal hin und her rennen durch die Dreckssperrzone da. Oh, nee, das macht mich an. Oh, nee, das macht nur, ich... Jetzt wird mir am liebsten Cheat besorgen für so unsichtbar oder so, weil das nervt doch. Furchtbar, wie müssen wir denn jetzt sind? Nögens. Toll. Hä, ach, geh. Nee, oh nee. Was soll ich denn? Ach, nee. Jetzt muss ich in die U-Bahn, oder? Ach, ich muss so in den Drecksslandeplatz, oder? Ach, scheiße, jetzt darf ich wieder zurück. Ach, komm. Weck mich doch am Arsch. Dö, wo? Ah, zum Bahnhof, oder? Ach, komm. Ah, nee, komm. Ding einschalten. Die haben immer noch Panik hier, oder wie? Komm, jetzt laufe ich da durch. Lauf ich da durch. Ah, nee, das Spiel macht einen neidig. Ah. Jetzt muss ich da hin, oder? Ach, komm. Ja, oder? Würde dir das Spaß machen, da ständig? Ja, einmal, zweimal, dreimal ist das vielleicht lustig, oder so. Aber jetzt dauern, jetzt so 20 Mal. Ich hole mir jetzt da einen Cheat, das weiß ich. Einen Trainer. Das nervt mich jetzt. Die beliebte Wartepause. Wie viel da in dem Spiel allein für das Ding drauf geht, immer für U-Bahn und wie lang die quatschen da die Heinis. Wahnsinn. Toll. Tolles Spiel. Kann man echt nichts sagen. Jetzt wenn ein Zug kommt, das ist dann... Oh. Jetzt müssen wir natürlich nicht wieder raus. Ach, da ist das beliebte Geschütz. Mann. Jetzt muss ich an dem Drecksding wieder vorbei. Nicht verfügbar, komm. Wahnsinn. Ja, es nervt jetzt aber schon ein bisschen, oder? Ich könnte es ja abschießen, aber... Ich muss wahrscheinlich noch 50 Mal vorbei. Oh, nee. Hoch! Jetzt habe ich einen Alarm ausgelöst. Was ist das? Das da? Witzig. Nee. Scheiße. Was ist denn das? Schau her. Da sind schon wieder tausend... Ach, zu dem... Rechtsrum... Quasi, oder? Rechtsrum... Warte... Da komm ich gar nicht... Komm ich da raus? Ah! Das war der... Huch, da steht einer. Ich muss... Woher? Äh? Ach, komm... Da raus und dann rechts um... Los... Und jetzt... Und jetzt... Da, da rein? Ich gehe mich nicht mehr aus. Au, da steht einer. Ah, scheiße. Wo muss ich denn hin? Oh, nee. Ach, komm. Ach, komm. Da rein. Nee. Da rein. Ah, scheiße. Ach, komm. Nee. Jetzt bin ich total falsch. Ach, kack. Wo bin ich denn? Oh. Warte. Ja, links. Ah, da komm ich nicht durch. Doch. Ja. Äh. Warte. Au. Ah, komm. Rein. Komm. Komm. Ich mach doch da jetzt immer lang. Und jetzt... Komm. Nicht lang rutscheißen. Komm. Ich mach doch da jetzt immer lang. Ach, Mensch, Mann. Ist Miller noch nicht da? Er ist mit McCreedys Team schon zu den Haupthangas aufgebrochen. Wir sollen sie dort treffen. Sind sie bereit? Toll. Ja, Mensch. Komm. Äh. Ja. Ja, dann mal los. Ich will das Spiel jetzt fertig spielen. Äh. Gisslinde. Äh. Oh. London. Ola. Unglaublich. Weiß er, dass es eine erste Bedrohung ist? Bin ich ja gespannt. London. Äh. Wie? Ja, das ist schon klar. Hunderte von Menschen leben, stehen auf dem Spiel. Toll. Ich hoffe, Sie ehren sich Jensen. Ich auch. Ich irre mich nie. Schön. Zieh Sie Ihre Männer ab, bis ich mit Ihnen gesprochen habe. Das ist jetzt M15, oder? M14, M15. Planänderung. Mac, Sie und Ihr Team stoßen zu unserem Team aus London. Äh. Ah. Bis ich Ihnen sage, Sie sollen vorrücken. Toll. 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 Tolles Spiel. Da waren früher, als sie noch nicht so viele Videos machen konnten, war es schöner. Da hatten die noch nicht genug Platz auf der CD. Da konnten sie keine Videos machen. Da war das Spiel ein schöner. Jetzt ist es nur noch Video, 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 Video. Toll. Ist aber auch wahnsinnig toll. Da willst du ein Spiel spielen und dabei musst du ständig ihm so einen Mist anschauen. Ihr Schmerz mag berechtigt sein. Vielleicht sollte man Ihnen zuhören. Tät reichen, wenn die kurz mal die Nubschrauber da zeigen. Das Tät noch reichen, oder? Wahnsinn. Ja gut, schönes Bild, aber was die da quatschen, interessiert mich einen feuchten. Oder? Also mich? Oh ne, schau her. Toll. Also man könnte das ein bisschen abkürzen da, aber gut. Die meinen, dann ist das Spiel schöner. Das ist wieder mal so eine typische Irrglaube. Wahnsinn. Warten noch zwei, drei Jahre, dann ist das Spiel nur noch Video. Oh, das ist Will Smith, scheuer. Man in Black. Mit Will Smith. Ja. Danke, dass sie die Sache diskret behandeln wollen. Toll. Jetzt quatschen die wieder drei Jahre gekommen. Ja, okay. Kann man da nicht überspringen? Nee. Kann man da nicht überspringen? Ach. Ach. Ja, das nutzt man das im weiteren Spielverlauf. Nützt man das doch einen feuchten Dreck. Ich musste mich da durchkämpfen. Da brauche ich doch nicht das Gequatsche von dem vorher, oder? warum ich da jetzt durch muss es mir doch so was von egal deswegen ist der download so groß 60 50 60 gigabyte und es sind drei viertel davon ist so drecks video ach was soll ich jetzt wieder machen ach komm bitte gib mir ein anderes spiel ach komm hier raus und belehren ich will ein anderes spiel das war so schön damals die tombrader 1 bis 4 da gar kein einziges drecks video drin und kein einziges drecks dann kam angel of darkness da haben die da versucht verschiedene antworten geben musste und jetzt machen das alle so ein dreck wer will denn so ja opferzahlen sind mir auch egal jungen kommen scheiß doch drauf sie glauben es vielleicht nicht aber auch menschen aber das weil ich jetzt sage ich lösche die spielung kauf und anders ist es auch nichts weil heute alle spiel sind was sollen der dreck und ich ja von interessiert mich das jetzt dieses gesetz ist man konnte es nicht verhindern auch kommt ich kann das jetzt weiterspielen ja man kann das nicht mal überspringen in einem sich ach doch und sollte ich will der leiter nicht bedrückt achten sie zu ihm agent jetzt haben es oder b und mich auf dem laufenden bedrücken ist der braun zeigen sie mir den konferenzraum ja kommt so ich bin gedrückt wieder anscheinend nicht immer das scheint tatsächlich von dort zu sein die haben da so ein riesengrohrt na gut kann man mal ein bisschen anschauen und sie haben jetzt 8 dort da oder was ist jetzt überhaupt m15 toll und hier eine praxis sozialoptimierer kann man damit die dinger abkürzen analysiert den geisteszustand und liefert anderen sozial kombination mit der das sind die da soll man das mal nehmen vielleicht jetzt dann schneller oder zwei kosten das war klar nach kommen wir ganz direkt da muss ist das krisen das ist mein zurückwerfen ach das habe ich jetzt neu oder warte das ist das impulskäse kacke die ziele betäubt noch nie scheiße aber das kostet sind wir alles zwei das ist was sollen die kacke das auch das kostet alles zwei was soll das 28 das kostet ist das kostet alles zwei energieverbrauch halten sie und dann konzertiert die schockwelle auf einen schmalen strahl und testen was macht es haut alle um rechtes nehmen ach komm nicht ist doch scheiß egal jetzt muss ich da rein sonst gibt es da nix so hoch da können sich einhecken oder worte was gibt es immer sonst noch gibt es doch noch muss muss oder ein kommen da noch nur das klauen was schon her da kommen sich mal rein decken ach man soll ich das mal machen machen muss man probieren muss vielleicht gibt es da irgendwas schickes 100 prozent kommt 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 was gibt es denn da jetzt bin ich wieder draußen toll aha also es gab immerhin die biozelle hier oder das war doch gut da war noch ein ding noch so ein ding augenring da da kann man sich rein oh netzwerk im nebel oh scheiße jetzt rein da kommt aha so haben wir das gern aha da gibt es dasselbe im grünen gut biozelle zwar ach ich bin aber voll aufge... scheiße äh sonst noch wünsche hm 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 ne sonst nix da ist das gut da kann man nicht rein oder da war nix gell gut warte ist es nicht mehr gut dann elevator sonst see you later elevator sonst ist da nix oder da oben ne ja gut jetzt gehen wir mal rein entschuldige sollten wir vorher speichern sollten wir vorher speichern komm ich da jetzt rein oder die däumen oder warte wie Alex ich bin im epic center ron empfängt hier heute abend mit sicherheitsrat sympathisanten der optierechte sie verstehen dass sie jeden preis geschützt steigst du nicht haben sie mich abgehört entschuldigung aber die lage schien es zu erfordern oh ne falls ich heute ihren rat brauche frage ich sie ja die illuminaten haben schon einmal versucht die menschliche evolution zu steuern und jetzt wollen einige von ihnen ihresgleichen offenbar vollständig auslöschen wir müssen sie aufhalten brown und die leute die er heute trifft können wir bezüglich sein die dazu in der lage sind abwarten abwarten ihr glaubt warten hoch oh ne lieber speichern und jetzt entschuldigung oh da drin gibt es was oh da darf ich entschuldigung aber nicht hacken weil jetzt sind die nur jetzt sind die noch freundlich aber gleich nicht mehr aber anscheinend nicht oh da oh da kann man auch schon her da gehe ich doch gleich mal nachher jetzt warte jetzt schauen wir mal was muss ich machen ich muss da hinten oder muss ich mit dem quatschen oder gehen sie weg der zugang zu diesem teil des gebäudes ist gesperrt ja das oh das ist schon mal ganz was neues schief äh genau er ist äh im moment nicht da dringende sache und bereits hier kann das ganze furchtbar skalieren es handelt sich nämlich nicht um eine wache sondern um sondermatschenkos männer die hier position welt ihr angreifen nun dann werdet ihr von allen seiten beschossen nicht wirklich zu empfehlen dieser weg reinlegen bewirkt dass der kerl los los schlappt was soll das sein muss schlappt um nachzufragen ob ihr wirklich einen termin habt währenddessen schwarz schlangen das tolle am reinlegen der kerl bleibt ewig weg und kommt offensichtlich auch nicht mehr wieder und ihr habt auch immer als mehrere wege das tolle am reinlegen muss jetzt rein reinlegen oder na gut machen ich habe einen termin mit liam stevens schuss soll am reinlegen der kerl bleibt ewig weg und kommt offensichtlich auch nicht mehr wieder und ihr habt abermals mehrere wege wir in der sinne das ich tue noch mehr sie warten hier und ich sage stevens persönlich dass sie ihn sprechen wollen äh aha jetzt warte gut speichern gut warte speichern naja jetzt gehen wir da rein warte das war das naja steht auch in der lösung aber ich hab's auch selber gefunden da gehen wir jetzt rein wenn das gebäude schon kompromittiert wurde egal wir machen weiter wie geplant jensen gehen sie in slayters büro und finden sie was los ist verstanden schicken sie umgehend ein team zur unterstützung sind schon unterwegs gehen wir erst mal da noch rein oder wo war er das worte äh ich mache da muss ich erst die fenster verschließen oder wenn ich das finde wo ist denn der wo ist denn der knopf fensterschließknopf oh wo bist du fensterschließknopf ist warte mal speichern was passiert da was passieren da wenn ich da oh oh ah 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 jetzt haben wir ach das war das fenster zu macht knopf sehr gut aha jetzt können wir da in ruhe zu speichern äh und alles abklappern und alles abklappern nicht da irgendwas au hacken den pc müssen wir auch pda ja datenbank äh toll das ist toll äh das quatscht äh gibt es da sonst nix äh 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 durchgegangen äh nehmt äh 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 warte jetzt äh gespeichert hab ich ja gell jetzt warte das mit dem teambeschuss das das sieht mich mal interessieren machen wir das mal äh 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 warte äh ach komm äh ach komm wie die scheiße äh äh sag ich falsch ach komm ach komm ach komm ach komm ach komm ach nee ach nee ach nee jetzt sind wir oder ah nee super verweigert laden äh da hätte ich falsch da muss ich andersrum hm bin immer noch erkältet ach ja hm warte jetzt was macht äh hacken ich muss da rum hätte ich ja gleich drauf kommen können ja jetzt kommen aber jetzt können es klappen oder haben wir sonst zu halten jetzt passen jetzt passen macht jetzt mache ich mal die kameras aus 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 dann verschiedene geräte aus alarm tafeln abschalten und jetzt probieren wir das mal mit dem warte im moment jetzt muss ich erst erwarte dessen immer noch und jetzt dann speichere ich nochmal weil ich ihn auch gehackt habe warte speichern speichern das interessiert mich mehr als das langweilige gequatsche und jetzt probiere ich das mal mit dem teambischuss da waren wir schon drin oder dann schießt ihr alle ab der roboter jetzt warte mal aber hoffentlich nicht mich oder äh zugangszecken das heißt abschalten und wenn ich jetzt teambischuss mach oh und jetzt passen wir jetzt sehen oh ich sehe ich nicht dann schießt er mich auch ab nicht so als fenster zu schießen schauen wir mal was der macht der Kerl da musst du es auch wieder abschalten wenn er mich erschießt sobald er mich erschießt Roboter oh schau her und jetzt wie seid ihr jetzt wieder am Ende oder wie hoch ach dreckig jetzt ist er kaputt oder wie haben die den jetzt kaputt geschossen oh oh ne oh oh was macht der huch ist das jetzt ein anderer oder wie ach sind die fenster jetzt wieder offen oder wie jetzt muss ich ihn wieder ausschalten jetzt ist er aus oder gott oh ne so viel wird abgeschissen ha 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 wahnsinn spiel das macht spaß ja da drüben sind noch welche da ist er nicht hin gekommen was so aber hier hat ein paar weggeballert oder jetzt warten wir bis die suche weg ist ähm okay wird aktualisiert gut speihan sorte speihan und jetzt was sagt die dreckslösung äh 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 entschuldige warte ich ließe äh 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 na gut jetzt ach wir müssen da rein na gut jetzt äh äh gehen wir mal wo geht es denn dann da in der anderen richtung weiter wo geht es denn da hin ja filter huch oh ne oh weia da kenne ich mich jetzt wieder nicht aus sie sich wieder vorn durch oder huch wow kollege kann man den jetzt nicht irgendwie so schaut der aus ne das guckt einer ah ne wer guckt denn da habe ich meine waffe da hat einer geguckt da guckt einer der da vorn ne ist es eine kammer ne wer guckt denn da da drin steht er nach oder ein ne aha au warte die müssen wir weghauen warte warte jetzt passen obacht wenn wir jetzt die Tür hacken dann kommt die sowieso oder der die die der wenn ich jetzt die Tür hecke so so warte ah warte oh oh speichern le básspeichern au schnell hacken der kopfnuss hat das jetzt was ist denn das gold ist das jetzt ein story objekt goldmaske bla toll das wäre ich mir selber drauf gekommen ist es ist alles gescheitert oder wie naja komm es ist mir auch scheißegal hier bei dem spiel ist mir irgendwie alles scheiße kann ich will jetzt eigentlich nur noch irgendwie durch durch den käse waffeln toll ich habe es schon so wie toll sonst haben wir nix oder so seine waffel den haben wir schon durchsucht oder gut stück über speichel zu alle anderen musik war ja ganz ganz woanders hin oder auch darüber waren sind alles voll gut das können wir keines auch ok ja gut kann kannst du mal kurz eine sekunde warten ich krieg langsam kopf weh tschuldige ja bei dem spiel ist jetzt wirklich auch weil ich erkältet bin kann es mal zwei sekunden ich muss schnell eine schmerztablette in die kopfschmerzen kopfschmerzen schuldige das ist jetzt irgendwie klingt jetzt wie ein witz oder so aber nicht wegen dem spiel geschmerzen aber wegen dem wegen der erkältung und weiter weil ich erkältet bin und ich bin ich bin jetzt schon 24 stunden ohne pause und da kann es schon mal passieren wenn man noch dazu erkältet ist gleich habe ich es sekunde du kannst jetzt einmal die landschaft anschauen gleich habe ich es tut mir jetzt leid entschuldigung so heute geht es weiter huch wir spielen eh schon wieder 30 stunden ja weil das diese tracks huch da hinten steht einer weil diese tracks was ist da schon wieder misstrauisch ach komm hoch das schaut schon aus ah ne jetzt kommt einer jetzt kommt einer kommt der zu mir ach der geht da hinten hin komm den haue ich um komm her komm 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 oh scheiße war der unsichtbar der drecks heini ah scheiße jetzt kommen alle ne das ist sind jetzt auch noch unsichtbar die heini au au ausschlöcher tschuldige da rein komm her komm 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 ah ah warte komm 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 gelegt was sind denn das für Arsch komm ich schmeiße dann den controller hin was sind das für ach komm was soll die scheiße die sind jetzt alle unsichtbar ach ne ach komm ich lösche das spiel komm komm das drecks ach ne, gut ich hol mir noch nen Cheat und dann hau ich die alle... komm was soll'n die scheiße, das kann mir doch keine sauer werden... ach leckt mich doch am Arsch was soll ich denn da machen, wenn die alle unsichtbar sind, sagt man das mal Cheat was soll man da machen? so muss ich jetzt da hinten rumschleichen dann geht's jetzt da hin und was soll ich denn da? oh, kann ich halt durch? würde ich mit dem Ding machen? hm 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 ah komm ach komm, das sexy ach, das geht so schnell, wie soll's denn das kriegen? ach ach das geht auch nur kurz, oder? und jetzt oh ne toll tolles Spiel wirklich sehr schönes Spiel ach ja, ich bin fast drin tolles Spiel tolles Spiel das soll's das oder? jetzt nicht das aufhau dann kommen wir alle ja, oder weh, wo müssen wir verbindigen jetzt? fahrt finden ne ja ja huch da falle ich jetzt runter da sind wir oh was ist denn da los, da unten entschuldige, das will ich jetzt wissen, warte wo muss ich denn hin? da auch, du scheiße, wie soll ich denn da? das will ich jetzt wissen, was die da unten machen, warte ich schau schnell, was da noch ist was, warum da unten da, welche rumliegen, das will ich jetzt wissen komm, jetzt gehen wir doch runter hä? ne äh äh sieht mich da einer? warte huch wahnsinn ach komm, ich hab alles gut gibt's da nix stärkeres, irgendwie ich hab warte, da kann ich wieder was ausschalten warte ist da einer? da drüben ist einer oh weia achso, das haben wir irgendwie, ja was weiß ich, das war ein falscher Sicherheitsveramter vorhin und äh, und schon weiter, ja na das passt, oh ach, jetzt wissen wir ja das alles hacken, vielleicht kann man dann irgendwas abschalten oder so tolles Spiel, ja wie lange spiel ich schon, oh Gott dann haben wir nicht mehr viel Zeit, aber weia ich hab kein einziges Passwort hier von den Idioten da ach du scheiße ach komm, da bin ich falsch ach, leck mich doch am Arsch ach komm, ich mag den mal leck mich doch am Arsch hm, laden achso, ja ich hol mir jetzt nen Cheat und hau die alle weg, weil ich mag das nicht mehr komm, das macht doch keinen Spaß mehr also mir nicht gut muss ich denn da wieder hin, das Drecks Ding da da hin, oder da hin, oder oder ah ne Security auch da aha ah warte da unten rennen die alle rum äh standardzugel Kamera, Kameras, aus, aus, jetzt muss ich wieder Teambeschuss machen, oder? Warte, verschiedene Geräte. Geschütz, ausschalten, das hat keinen Teambeschuss, oder? Verlärm, ach, die haben wir schon. Die haben wir, ah, ne, Geschütz, Teambeschuss, jetzt mache ich mal Teambeschuss. Teambeschuss, he he, oh, schau, schießt die alle ab, he 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 he, komm, ist jetzt wieder kaputt, ne, ha, na, das macht doch schon eher Spaß, schau her. Komm, komm, noch ein paar, holla, na, das macht schon mehr Spaß. He 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 he, schießt immer noch, komm, schießt immer noch, komm, na, einen haben wir noch, komm. Fertig? Ne, oh, schmeißt du eine Granate, der Böse. He he he, würde ihn wahrscheinlich weniger nutzen. Aha, jetzt kontrolliert er, oh, toll, na, dessen, oh, na, das hat sich doch, ja, gut, jetzt, das baut mich jetzt halbwegs ein bisschen wieder auf. Gut, na, das ist doch, da raucht es noch, baut mich nur ein bisschen mehr auf. Tracking on. Jetzt hat er alle, oder? Jetzt können wir ihn wieder abschalten. Oh, ne. Äh, wir müssen aber in drei Minuten aufhören. Gut, dann schalten wir den wieder aus. Und den auch. Gut, alles andere haben wir. Hä? Gut, dann, ha, na, das hat sich, oh, das hat sich doch gelohnt. Gut, Freunde, wir müssen aber sowieso aufhören. Aber jetzt bin ich fast geneigt, noch etwas weiter zu spielen. Uh, da haben wir alles aus. Gibt's da was? Zu klauen oder so? Vielleicht, warte, speichern. Na gut, vielleicht kommen wir jetzt zu dem Ziel noch hin, mal schauen. Und ich muss die noch looten, die Kollegen. Die haben, da, schau her. Müsst ihr jetzt noch looten? Kann man da noch was looten? Schau her, da ist bestimmt. Biozelle, oh, warte. Und jetzt nehmen. Gut, dann, oh. Der hat aber, der hat aber aufgeräumt. Oh, warte. Da muss ich rein, oh, da muss ich rein, oder wie? Oh, nee. Ich will die aber alle looten. Gut. Äh, pass, Obacht. Ich, ich mache, also wir müssen da rein, oder? Gut. Kann man da rein? Du öfter, ja, ja, gut. Pass auf, ich loote das offline noch weg. Und dann im nächsten Video machen wir dann, da gehen wir da rein und dann machen wir weiter. Okay. Okay, alles klar. Okay, also bis gleich. Tschüss.